Ja, okay. Uwe, Gerhard Glocker aus Lustenau hat angerufen und er möchte wissen, wie oft er jassen muss, dass er dieses Auto gewinnen darf. Zwölf Runden, jeder gegen jeden, zu viert am Tisch, wo nur einer in das Finale aufsteigen kann, die Punktezahl entscheidet. Zuerst Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Richtig. Und derjenige, der das Glück und die Nerven und die guten Karten, die Ambitionen, dieses einsatzlosen Gewinnspielnis, die 15 Euro Einsatz aufbringen kann, muss. Diese Jaskarten-Edition kann die nächsten Sonntage gewinnen. Um einen 18.000 Euro Neuwagen, Toyota Lotus-Weiss, gesponsert vom Toyota-Händler und der Honorar-Umverteilung, die Pussy der Umverteilung. In 18.000 Euro, die hinter uns, momentan als Sitzleine dienen, in der Sonne, mit nach Hause nehmen kann. Mit Schlüssel. Mit Schlüssel und Batterie und vollgetankt. Also am 3. September wird ein Gewinner oder eine Gewinnerin den Schlüssel nehmen, in das Auto steigen und vollgetankt nach Hause fahren. Am 3. September um 17 Uhr das Hauptfinale. Die große Show. Die wirklich große Show dieser ganzen Sommerausstellung wird sich am 3. September um 17 Uhr ereignen. Und vor allen Augen dieses wunderschönen Dorfes, das ein Teil von Bregenz ist. Ich freue mich, ich bin voller Emotionen und ich schwitze.